Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back und starten durch in den Februar und in die heiße Berichtssaison. Und nach der Erholung fragen sich jetzt natürlich viele, gibt es jetzt im Februar die Relief Rally, also die Aufholjagd der Erleichterung, oder geht die Achterbahnfahrt doch wieder weiter? Wir schauen uns an, was jetzt die neuen Favoriten der Experten sind, bringen euch natürlich auf den neuesten Stand und ich verrate auch euch, was ich in meinem Zockerdepot so angerichtet habe. Und jetzt legen wir los. Starten wir doch gleich mal durch in die Berichtssaison und schauen uns zwei Beispiele an, die unterschiedlicher kaum sein könnten und fangen mal mit dem negativen Beispiel an. PayPal, ja, da wird einigen die Luft weggeblieben sein. Das sah vor den Quartalszahlen noch ganz okay aus. Nach den Quartalszahlen, das ist übrigens Willem Dafoe. Die meisten von euch werden ihn kennen. Ja, sah PayPal dann richtig alt aus und die Aktie ist richtig abgesoffen. Blenden wir mal kurz den kurzfristigen Chart von PayPal ein und da seht ihr, es ging ordentlich runter. Mehr als 20 Prozent Minus. Und jetzt ist natürlich die Frage, um Gottes Willen, was ist da denn passiert? Eigentlich gar nicht so viel. Es ist so ein bisschen wie beim Fall Netflix. Die Zahlen waren jetzt wirklich keine Katastrophe, aber halt etwas schlechter als erwartet. Man muss sagen, nur minimal. Beim Gewinn, ja, 1,11 Dollar per Share erwartet waren 1,12. Beim Revenue, also beim Umsatz, waren sie sogar leicht drüber. Was natürlich ein bisschen schlecht war für das erste Quartal. Der Ausblick, der wurde ein bisschen nach unten geschraubt. Und das Thema eBay wurde natürlich noch angeschnitten vom CEO von PayPal. Also es sieht momentan jetzt vielleicht nicht berauschend aus, aber man sieht schon, wie nervös die Börse ist, wie schnell die Achterbahn dann bei einzelnen Aktien vor allem nach unten fahren kann. Das war bei Netflix ja genauso. Aber es gibt natürlich auch noch Lichtblicke, zum Beispiel Alphabet. Auf das Unternehmen ist einfach immer Verlass. Es läuft nach wie vor gut. Die Zahlen waren auch wieder gut, auch wenn es bei der Cloud vielleicht noch ein bisschen hapert. Das könnte natürlich besser aussehen. Aber es gibt schon Memes wie diese hier. Ja, die Nasdaq Shorts, die sind momentan natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Kann natürlich auch schnell wieder nach oben wegdrehen. Wenn man sieht, Apple hat ja auch sehr gute Ergebnisse letzte Woche schon vorgelegt. Hier sind jetzt die Microsoft Earnings aufgeführt. Und wie gesagt, Alphabet, da gibt es schon einige Kandidaten, die dann natürlich doch gut abliefern. Kommen wir zum ersten Learning dieses Videos und natürlich der letzten Tage, Wochen und auch der letzten Videos und Interviews vor allem zum Beispiel mit Markus Koch. Das war ein Bombengespräch. Wer das verpasst haben sollte vom Montag hier oben unbedingt noch mal reinklicken. Gab es Bombenfeedback von euch? Ein Feedback gab es auch. Das war nicht so toll. Da war ein Zuschauer gar nicht begeistert. Kommen wir gleich dazu am Ende dieses Videos. Mal ein kleiner Insight hinter die Kulissen, was da so alles kommt den ganzen Tag. Aber jetzt zum Learning. Wichtig, die Relief Rallye. Wir haben ja jetzt schon eine kleine gesehen. Das haben wir zuletzt auch mal gesprochen. Diese Gegenbewegungen gerade im Bärenmarkt oder in so einem volatilen Umfeld sind völlig normal. Also es geht dann schnell hoch. Dann hebt die Flut auch alle Boote. Also da sind dann schnell alle Aktien im Plus. Aber man kann dann schnell absaufen. Warum das so ist, auch wenn die Enttäuschungen gar nicht so groß sind. Das habe ich für euch entschlüsselt. Werde ich euch gleich verraten, warum das so ist. Aber wie gesagt, Flut hebt dann schnell mal alle Boote. Aber dann gibt es eine minimale Enttäuschung und dann geht es halt schnell mal 20, 30 Prozent runter. Wie bei PayPal oder Netflix. Also die Börse nach wie vor super nervös. Besser gesagt die Investoren, die haben schnell den Finger am Abzug. Und jetzt natürlich die Frage, warum soll es denn überhaupt eine Erholung geben? Diese Relief Rallye. Einige werden sagen, es ist doch nach wie vor eine Katastrophe. Also die Zinsen sollen steigen. Die Notenbank ist nervös. Die Inflation jetzt im Januar wieder ordentlich gestiegen. Zwar ein bisschen weniger, ein bisschen zurückgekommen, aber trotzdem deutlich höher als erwartet. Warum sollen Aktien jetzt überhaupt steigen? Wir müssen uns eins mal klar machen. Dieser Januar war schon eine Vollkatastrophe. Ich will das jetzt gar nicht dramatisieren, aber wenn wir einfach mal auf die Zahlen schauen, schaut mal drauf. Das war der schlechteste Monat seit dem März 2020. Und da wissen wir alle, was passiert ist. Das war ein mittelschweres Erdbeben an der Börse, nämlich der Corona Crash. Und jetzt kommen wir mal schnell zu fünf Gründen, warum sich die Kurse jetzt erholen können. Einen habt ihr gerade schon gesehen. Es ist einfach eine klassische Gegenbewegung. Es ist eine Aufholjagd. Wie gesagt, wir hatten einen sehr, sehr schlechten Monat. Da greifen dann natürlich viele Leute zu. By the dip. Das ist ja mittlerweile auch unter Privatanlegern ein Standardwerkzeug. Die Stimmung ist auch sehr schlecht. Das ist natürlich auch ein klares Kaufsignal. Kommen wir gleich noch genauer dazu. Also das Sentiment teilweise wirklich katastrophal. Hatten wir auch neulich in Mission 5. Dann Inflation. Auf den ersten Blick natürlich immer noch schwierig. Wird uns weiterhin begleiten. Aber das hat Ken Fischer auch sehr schön zusammengefasst. Der Zinsmarkt signalisiert ganz klar, dass jetzt, also noch, das kann sich natürlich auch ändern. Also da muss man immer drauf schauen. Noch signalisiert er, dass Inflation jetzt dauerhaft kein großes Problem werden wird. Also die Hyperinflation ist Status Quo noch ausgeschlossen. Dann die steigenden Zinsen sind natürlich auch schon zu einem gewissen Stück eingepreist. Es gibt jetzt auch schon einige Experten, die sagen, ja, also die Fed wird dann wahrscheinlich gar nicht so viel machen. Überraschungspotenzial also dann eher nach oben. Wie gesagt, die Fakten können sich jederzeit ändern. Deswegen beobachten wir das ja auch permanent und schildern das für euch. Und saisonal sind wir theoretisch jetzt in einer guten Phase. Und die Buybacks habt ihr vorher auch schon auf dem Meme gesehen. Das haben wir neulich auch schon angesprochen. Also da könnte es jetzt auch sein, dass einige Unternehmen dann deutlich mehr Aktien zurückkaufen. Und wer jetzt richtig bullisch ist, man muss natürlich sagen, er ist eigentlich Permabulle, ist Tom Lee. Den kennen sicherlich viele von euch. Und er sagt jetzt, dass V im Februar steht jetzt mal nicht für Valentine, sondern für Violent Rally. Also er glaubt, dass die Kurse jetzt vor allem kurzfristig richtig anziehen werden. Und er sagt auch ganz klar, wenn man auf Sentiment schaut, das ist das Schlechteste in den letzten acht Jahren. Die institutionellen, also die Profis, die großen Player sind vorsichtig, haben wir neulich auch gesehen. Also sie sind jetzt nicht ganz unterinvestiert, sind aber auf jeden Fall auch nicht auf dem Hoch, also eher so Mittel, aber auf jeden Fall durchaus vorsichtig. Und die Retail-Investoren, sagt Tom Lee, die sind sogar ängstlich und haben zuletzt auch viel Cash auf die Seite geschafft. Und er sagt, diese Mischung spricht klar dafür, dass die Kurse anziehen werden. Jetzt natürlich die Frage, welche Aktien soll man sich jetzt gerade, wenn man kurzfristig orientiert ist, ins Depot legen. Wie gesagt, ich will euch da nicht verführen. Wer langfristig unterwegs ist, kann das jetzt ignorieren. Wer kurzfristig was machen will oder vor allem ein bisschen zocken will, das ist ja auch nichts Verwerfliches. Da gibt es durchaus auch Chancen, gerade wenn es so volatil ist. Ja, der kann sich mal anschauen, was da jetzt so in Frage kommt. Mit Markus Koch haben wir drüber gesprochen. Aber jetzt gibt es noch mehr im Angebot. Und zwar haben sich die Analysten von Trivariate mal angeschaut, welche Aktien könnten denn jetzt schon sehr weit unten angekommen sein und welche kommen in Frage. Und zwar haben sie sich angeschaut, wo der Sell-Off schon rund 80 Prozent vorbei sein könnte. Und was jetzt die Sell-Off-Winners sein könnte, wohlgemerkt, blenden wir das mal kurz ein. Das sind jetzt fünf Aktien und da sind durchaus Bekannte dabei. Intuitive Surgical kennt ihr sicherlich alle. Die habe ich schon länger im Depot und tatsächlich werde ich da jetzt ein bisschen was auch nachkaufen. Die ist endlich mal wieder zurückgekommen. Also ein sehr gutes Unternehmen, was man sicherlich auch mal jetzt ein bisschen billiger nochmal aufstocken kann. Und CrowdStrike sicherlich auch eine Aktie, die viele von euch kennen oder auch schon länger im Depot haben. Und jetzt wollen wir wieder ein bisschen auf die Earnings Season, also auf die Berichtssaison schauen. Und da haben sich die Experten von Barclays mal angeschaut, wer ist denn zuletzt richtig schlecht gelaufen. Also Stichwort relative Stärke. Wer hat da schlechter performt als der Markt? Wer ist da vielleicht überverkauft? Und wer könnte jetzt überverkauft in diese Berichtssaison reingehen? Schauen wir uns diese Liste auch mal an, blenden wir das für euch ein. Und tatsächlich der Name Twilio, der fällt sehr oft, wenn man jetzt auch recherchiert, immer mal wieder bei Chancen. Das soll jetzt nichts heißen, mir ist es nur aufgefallen. Das wollte ich euch jetzt hier mitteilen. Natürlich auch sehr bekannte Namen hier auch wie Thermo Fisher, Spotify, Corbo und Dr. Horton. Und viele von euch suchen sicherlich nach wie vor nach Wachstumsaktien. Es ist natürlich immer die Frage, welchen Preis zahlt man dafür? Viele sind zuletzt billiger geworden und man kann natürlich auch mal schauen, Bewertung und Wachstum in Einklang bringen. Die sogenannte Pack Ratio. Und da schauen wir jetzt auch mal auf ein paar Optionen. Und zwar hier seht ihr jetzt Tech-Aktien mit guten Wachstumsaussichten. Das ist jetzt hier sortiert nach der Pack Ratio. Da seht ihr, da sind die Unterschiede schon relativ groß. Also je kleiner natürlich, desto besser ist sozusagen wie beim KGV. Und ihr seht hier auch viele bekannte Namen. Und vor allem sind da natürlich viele Chip-Aktien mit dabei, wie zum Beispiel natürlich die bekannteste wohl, Nvidia. Und jetzt die Frage der Fragen. Relief Rally? Ja, durchaus möglich, durchaus wahrscheinlich. Vielleicht auch schon im Gange. Die Frage ist dann nur, wie nachhaltig ist das jetzt nur ein Strohfeuer? Und da muss man einfach vorsichtig sein, Leute. Wie gesagt, wenn ihr langfristig unterwegs seid, dann lasst euch da jetzt nicht verrückt machen. Verkauft jetzt nicht und sagt, um Gottes willen, zieht das einfach durch. Am besten schaltet ihr jetzt einfach das Video aus. Nee, natürlich nicht. Also ihr bleibt dran, aber ihr bleibt vor allem cool. Und wenn ihr kurzfristig unterwegs seid, überlegt euch wirklich, ob ihr das im Kreuz habt, ob ihr auch die Bankroll habt, das Geld dafür habt und vor allem, wie gesagt, die Nerven und dann auch die Expertise. Denn man kann sehr schnell in Bedrängnis kommen, vor allem, wenn man hinterher läuft. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel vor kurzem, als es schlecht lief, dann unten raus. Jetzt geht es wieder hoch, dann steigt ihr oben wieder ein, dann fährt die Achterbahn vielleicht wieder runter. Denn das ist das Problem, vor allem, wenn man das mal technisch analysiert, wenn man auch auf diese Elliott-Wellen zum Beispiel schaut. Das ist ja auch ganz interessant, diese Theorie. Das muss natürlich nicht so kommen, aber typisch, das haben wir auch mit dem Markus neulich besprochen, typisch ist einfach, auch in einem Bärenmarkt, es geht ordentlich runter, dann geht es wieder hoch, ganz vereinfacht und dann kommt aber irgendwann nochmal ein Abverkauf und das solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und wer sich kurzfristig orientieren will, der kann natürlich auch immer mal ein bisschen die Chart-Technik an die Hand nehmen, denn daran orientieren sich einfach viele, auch wenn es natürlich ganz streng genommen im Kaffeesatz ist, aber wenn natürlich viele im Kaffeesatz lesen, schauen wir mal drauf. Gerade mit den gleitenden Durchschnitten ist das natürlich immer ganz interessant. Da seht ihr jetzt, muss man immer schauen, wie aktuell ist der Chart jetzt. Das ist natürlich jetzt nicht auf die Minute aktuell. Hier zumindest die 200-Tage-Linie beim S&P sind wir wieder drüber. Ihr seht jetzt hier auch noch den 50-Tage-Durchschnitt, 100-Tages-Durchschnitt, also 200-Tage-Linie natürlich, wenn man da immer drunter rutscht, natürlich auch nicht gerade das beste Zeichen. Und die Chart-Techniker schauen natürlich, was ist auch mal in der Vergangenheit passiert. Stichwort FED, amerikanische Notenbank und Stichwort Zinserhöhungen. Und da hat man schon gesehen, es gab da Abverkäufe natürlich, so wie wir das jetzt auch zuletzt gesehen haben. Und dann auch zeitversetzt, durchaus ein paar Monate später ging es dann auch nochmal ordentlich runter. Also auch, was ich jetzt gerade gesagt habe, der Klassiker runter, Erholung runter. Die Frage ist natürlich immer, in welchen Zeiträumen. Das ist immer sehr schwer. Wie gesagt, seid auch vorsichtig mit dieser Mustererkennung. Ich will einfach nur sagen, dass man das auf dem Zettel haben muss. Wie gesagt, auf dem Zettel. Mein Lieblingsausdruck. Einige von euch feiern das ja schon. Das hat sogar neulich einer bei Twitter schon drunter geschrieben. Also das scheint schon mittlerweile richtig cool zu sein. Mittlerweile habe ich es auch selber kapiert. Deswegen kann man jetzt da ein bisschen drauf rumreiten. Ich werde es wahrscheinlich jetzt noch öfter sagen. Also auf dem Zettel haben auf jeden Fall, dass die Achterbahn jederzeit wieder nach unten fahren kann. Aber dadurch ergeben sich natürlich auch gerade für ein bisschen kurzfristig orientierte Chancen, damit man dann wieder oben rauf fahren kann. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zur Berichtssaison. Das ist natürlich einfach sehr, sehr wichtig und spannend. Gerade für Investoren sollte man auf dem Zettel haben. Und was die UBS auf dem Zettel hat, die hat sich nämlich gerade mal angeschaut, welche Aktien hatten wir auf dem Zettel und hatten wir da auf dem Zettel kaufen oder verkaufen. Und wie ändern wir jetzt diesen Zettel? Die haben nämlich die Aktien neu eingestuft. Und jetzt kommen wir zu den neuesten Kauf- und vor allem auch Verkaufsideen der UBS. Blenden wir das mal kurz ein. Ihr seht, hier steht sehr viel kaufen. Aber es sind auch einige Verkäufer dabei. Was heißt einige? Es sind immerhin drei. Und jetzt kommt das Spannende. Ich will jetzt gar nicht auf den Aktien rumreiten. Wenn ihr mehr über die Aktien wissen wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann können wir uns das mal vielleicht zwei, drei Beispiele rauspicken. Entweder für Mission 5 oder vielleicht auch sogar für ein eigenes Video. Schreibt es mal in die Kommentare, ob da Interessante dabei sind. Ist jetzt leider nur Europa. Ich finde das immer ein bisschen blöd, wenn es dann nur Europa ist. Das schränkt das Ganze natürlich schon ein bisschen ein. Aber interessante Aktien, auch sowas wie Flughafen Zürich. Also schreibt es mal in die Kommentare. Und vor allem das Interessante ist jetzt, wie kommt man denn zu einem Verkaufsrating und was hat das jetzt mit PayPal und Netflix zu tun? Und dazu schauen wir uns jetzt mal einen Verkaufskandidaten von dieser Liste an, nämlich NXP. Und blenden jetzt hier mal ein, wie die UBS da gerechnet hat. Es ist jetzt völlig egal, das Geschäftsmodell und auch welche Aktie das ist. Es geht jetzt einfach nur darum, dass ihr mal seht, wie sieht das momentan aus? Und jetzt ist das Interessante, wir haben hier drei Szenarien, nämlich einmal Upside, seht ihr hier, plus 30 Prozent, Base minus 19 und Downside minus 36. Und jetzt ist das Interessante, was wir auch bei PayPal gesehen haben und bei Netflix hier das Basisszenario. Das heißt, ja, es ist eigentlich so Konsens. Es tut sich gar nicht viel. Also keine Überraschung nach oben oder nach unten. Und dann haben wir hier ein Kurspotenzial von minus 19 Prozent. Und das ist eigentlich genau das, was wir so ein bisschen bei Netflix und PayPal gesehen haben. Es hat sich eigentlich gar nicht so viel getan, aber wir hatten eben keine Überraschung nach oben. Und schon säuft die Aktie ab. Und das ist jetzt ungefähr, ja, minus 19 Prozent, ungefähr das, was jetzt PayPal verloren hat. Und jetzt ganz kurzer Einblick in mein Depot. Ich bin ja jetzt kein klassischer Trader. Ihr wisst das ja, ich habe sehr viele Positionen langfristig. Die rühre ich normal auch nicht an. Also da wird nichts verkauft, außer jetzt grundlegend ändert sich was. Dann schmeiße ich natürlich auch meine Aktie raus. Aber da bin ich ganz klassisch buy and hold. Bei ETFs natürlich sowieso. Und jetzt mache ich aber natürlich schon ab und zu mal was in meinem Zockerdepot. Da bin ich natürlich ein bisschen kurzfristiger. Das sind ja auch zockigere Aktien. Und zuletzt habe ich mir letzte Woche Biontech reingelegt. Und Netflix, das hat gut funktioniert. Schauen wir mal kurz drauf. Erst der Netflix-Chart hat es ja auch vor kurzem richtig verhagelt, den Kurs. Also natürlich schon ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Deswegen hat sich die Aktie auch wieder ganz gut erholt. Bei Netflix sehr, sehr langfristig. Da bin ich immer vorsichtig. Wie gesagt, beim Burggraben. Ich will jetzt Netflix gar nicht madig machen. Aber ist jetzt einfach keine Aktie, wo ich sage, die lege ich mir jetzt für die nächsten 30 Jahre rein und schaue nicht mehr drauf. Das sicher nicht. Also da bin ich schon wieder raus, wohlgemerkt. Das war jetzt einfach nur kurzfristig auf die Erholung gesetzt. Genauso wie bei Biontech. Schauen wir auch mal kurz auf den Chart letzte Woche rein. Und dann wieder mit ordentlichen Plus gestern raus. Und dann habe ich, was ich vorhin angedeutet habe, bei Intuitive Surgical ein bisschen langfristig jetzt nachgelegt. Also die Aktie ist jetzt für mich keine Zocker-Aktie. Ist ein bisschen billiger. Kann sich jetzt natürlich auch kurzfristig dann noch lohnen. Aber das ist für längerfristig gedacht. Und ich habe mir ja ein bisschen Paypal ins Paypal. Entschuldigung, man sagt immer Paypal. Paypal habe ich mir auch ein bisschen ins Zockerdepot gelegt. Einfach Spekulation auf die Erholung. Denn zuletzt ist die Aktie ja schon schlecht gelaufen. Im Herbst habe ich schon mal drauf geschaut. Da hat es mich noch nicht überzeugt. War ganz gut, dass ich sie da nicht gekauft habe. Aber jetzt glaube ich, hat es auf jeden Fall kurzfristig Erholungspotenzial. Und jetzt noch ganz kurz hinter die Kulissen Roast My Depot. Vielen Dank. Da haben sich schon einige gemeldet. Ich habe auch schon ein paar geantwortet. Also könnt ihr euch schon darauf freuen, dass wir das bald online bringen werden. In dieser Woche natürlich nicht mehr. Aber vielleicht klappt es dann kommende Woche. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zum Inside. Es gab eine tolle E-Mail und zwar bezüglich des Interviews mit Markus Koch vom Montag. Und da hat sich ein Herr ausgekotzt. Keine Ahnung, wie alt er ist, ob jung oder alt. Er hat sich vor allem beschwert über Markus Koch, was ich völlig daneben finde. Ehrlich gesagt. Er meinte ja, dass er sich jetzt zuletzt gewundert hat, wer denn da immer abends dann verkaufen würde. Also als Kleinanleger sitzt man da und freut sich dann, wenn es endlich mal hochgeht. Und dann abends wird wieder abverkauft und es schmilzt alles dahin. Er hat geschrieben, wie der Schnee in der Sahara. Wer denn dafür verantwortlich wäre? Und da meint er, oh, jetzt hat der Markus Koch endlich sich da verraten, dass er da sozusagen mitverantwortlich ist. Also Markus ist schon ein klasse Typ, hat richtig Ahnung, hat sicherlich auch ein bisschen Einfluss. Aber dass er jetzt die Kurse an der Wall Street komplett verschiebt, das würde ich schon mal in Frage stellen. Und vor allem, es ist ja auch sein gutes Recht zu traden, Aktien zu verkaufen und drüber zu reden. Der E-Mail-Schreiber hat sich dann noch beschwert, dass das eine Frechheit wäre, dass Markus dann hier noch die Zuschauer verspotten würde als zittrige Hände, obwohl er doch da sich das alles rauspicken kann und Privilegien hat wie Steuerfreiheit und kostenlose Trades und so. Ja, man kann sich natürlich auch immer das Leben so zurecht machen, wie man es gerade braucht. Also erstens muss das keiner nachmachen. Zweitens, wenn du langfristig investiert bist, dann kann es dir auch völlig wurscht sein, was jetzt der Markus Koch macht oder was der Mario Lochner macht oder was die Anleger, ob die jetzt um 16 Uhr verkaufen oder dann um 22 Uhr, das ist dann auch relativ wurscht. Also Markus, nochmal liebe Grüße an dich. Gerne wieder bei der Mission Money. Hat großen Spaß gemacht. Und hier das Lieblingswort war Springteufelchen in dieser E-Mail. Also Springteufelchen in die Werte rein und dann wieder raus. Ja, kann jeder machen, wie er will. Wir leben in einem freien Land hier und in den USA natürlich auch. Und wer verkaufen will, der verkauft. Und wer kauft, der kauft. Und wer einfach buy and hold macht, der macht buy and hold. So einfach ist das. Leute, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und es hat euch wieder ein bisschen geholfen. Gerne Daumen nach oben und am Samstag gibt es dann natürlich wieder Mission Five. Servus, wir sind jetzt raus. Macht's gut. Ciao.